hiermit können ja ja schon klar aber ich habe den passcode nicht dafür mache ich das denn jetzt ist mir jetzt echt ein passcode die lappen gegangen und da gab es hier ein hinweis darauf hier war doch dieser roman warte mal ich muss den passcode rausfinden ach da auch das wusste ich nicht moment da auch auch man die köpfe ich doch alle mal ich habe keinen passcode mehr ja was mache ich denn ich probiere jetzt noch mal alle durch die ich hier habe wie war denn das noch drei ja geil ne habe ich hier das sind aber alle zahlen die ich hier habe oder habe ich mir irgendwo noch mal eine andere zahl aufgeschrieben hier ist eine das ist ja auch das sind ja uralte zahlen hier die haben damit auch nichts zu tun geil das ist echt klasse was sagten die uhrzeit soll ich jetzt hier einen cut setzen was steht denn hier ja und irgendwo war hier noch nicht so ein hinweis so passt mal auf wenn sie die zahlen aufteilen moment sie finden modelle beider teile im schrank in der mitte wenn sie sie noch nicht gesehen haben sehen sie sich auf jeden fall an wenn sie die zahlen aufteilen die sie erhalten wenn sie die kernkomponenten bekommen und eine null vor jede zahl setzen ergeben sie die kurz diese benötigen also die zahl der kernkomponenten aufteilen und eine null davor setzen ich soll mir die modelle angucken da sind doch keine zahlen drauf soll ich mir die kernkomponenten mal angucken moment kernkomponente eins prüfen ja eins soll ich dann ich habe kernkomponente eins ich habe kernkomponente zwei das ist jetzt ja nun kein großes rätsel das ist kernkomponente zwei und dann soll ich die aufteilen oder null davor setzen oder wie das heißt 0 1 0 2 das ist doch quatsch was verstehe ich da jetzt nicht und kann ich mit den anderen auch mal angucken hier oder halt nee das wollte ich gar nicht den kann ich mir den mal angucken jetzt wird initiat ist schon klar kann ich den eigentlich kombinieren kann ich hier nicht das klingt jetzt einfach viel zu einfach warte mal es hängt schon mit dem rätsel hier zusammen auf jeden fall ja teile gleich gleicher art sind dort gelagert sie können sich hier angesetzt werden ach so das ach so das ist das öffnet sich praktisch dann ja also noch mal ach ich muss die planungstürst raus graben ich will das rätsel jetzt so lösen das kann eigentlich nicht so schwer seine ohne dass ich jetzt praktisch nachgucke 0 1 0 2 ist doch total bekloppt nee und 0 2 0 1 auch nicht die zahlen aufteilen ach jetzt weiß ich jetzt weiß ich jetzt weiß ich jetzt weiß ich verdammte scheiße ich weiß es ich weiß es ich hätte mir merken müssen mit welchem mit welchem ton ich die teile erhalten habe aber das ist ein mieses rätsel ne eigentlich ist es ein gutes rätsel ich muss hier im teilelager da habe ich doch die eine tür mit dieser melodie geöffnet was ist ja und da waren ja 6 zahlen und die hätte ich aufteilen müssen und da eine 0 vorsetzen alles klar ich hoffe ich kann das nochmal anwählen weil sonst habe ich ein problem das muss ich mir nochmal angucken darf ich nochmal bitte oh ihr mit eurer scheiß planungsdisk ihr macht mich wahnsinnig setzt sie doch einfach ein äh da 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 bitte ja genau ich hatte ähm 3 6 hatte ich ich hatte warte mal ich hatte 3 6 7 2 0 4 ist das richtig mal gucken genau so die soll ich aufteilen und vor jedem eine 0 dann hätte ich 0 3 6 7 und 0 2 0 4 oh ich hoffe das ist jetzt die richtige Lösung boah okay zum Glück bin ich noch selbst drauf gekommen da bin ich ja schon halbwegs stolz auf mich aber gut ja das Rätsel ist geil muss ich ganz ehrlich sagen das Rätsel finde ich ziemlich geil so das muss ich also jetzt schaffen und dann muss ich die Teile zusammensetzen aber mir fehlt ja immer noch ein Teil also ich habe dann ja nochmal zwei dazu oder es ist in dem einen Raum doch noch ein zweites Teil gewesen wo ich nur eins gefunden habe da gucke ich dann gleich nochmal oh herrlich ich freue mich gerade so oh bitte lass das jetzt stimmen und jetzt natürlich wieder die Planungsdisk ausgraben so also ich sag mal das ist 0 3 6 7 bitte 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 oh danke sehr schön das nehmen wir mit okay wir haben jetzt 1b sehr schön ach so vielleicht sind da hinten ja zwei Teile drin das sieht fast so aus das wäre jetzt ja sehr geil dann habe ich ja alle Teile geil so Planungsdisk auswählen einfach richtig ach so und das ist jetzt 0 2 0 4 ja es sind zwei Teile geil jetzt brauche ich die nur noch zusammensetzen den nehmen wir mit okay und noch den anderen das ist er hier sehr schön gut haben wir alles jetzt können wir damit in den anderen Raum gehen wo ich die zusammensetzen darf und dann muss ich die in den Generator einsetzen und dann dürfen wir auch endlich mit dem Fahrstuhl runter und vielleicht noch die beiden A-Türen öffnen das wäre super so welcher Raum war das jetzt ich glaube hier hier muss ich die zusammensetzen das hoffe ich jetzt ich glaube das war hier ja schön es freut mich jetzt gerade haben wir gut hingekriegt so das heißt da hinten in diesem kleinen Abstellraum da genau so und da kann ich die jetzt zusammenbasteln höchstwahrscheinlich ist hinterher dann wieder alles voll mit Dinos aber egal das heißt ja auch Dino Crisis so ran an den Rechner und bevor ich jetzt gefragt werde nehme ich direkt die Planungsdisk ich glaube ich brauche sie wieder ich brauche sie gar nicht achso ich muss die Teile anwählen wie war das geht das jetzt die Teile zusammenbauen ja Stabilisator und Initiator Montage super Assemble the Stabilizer genau das kann ich jetzt hin und her bewegen und ich muss das jetzt ein bisschen vorsichtig machen das muss dann also die kommt praktisch angeflogen und ich muss das halt noch richtig hindrehen war nicht ganz cool ja er ist da fertig schön okay jetzt kommt der Initiator wo ist das Teil da kommt es angeflogen ups oh oh fuck oh das war knapp so hahaha bin ich gut okay die Teile haben wir jetzt kann ich die da entnehmen oder wie aha so das ist also der Stabilisator gut und jetzt kommt der Initiator da auch noch raus aha wahrscheinlich öffnet sich das jetzt nochmal hallo liebes Gerät mhm also ich weiß es nicht ich glaube ich habe das damals nicht gemacht da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher und bei der letzten Entscheidung die wir nachher noch treffen müssen da bin ich mir hundertprozentig sicher welche ich damals getroffen habe und ja deswegen glaube ich nicht dass wir da was falsch machen können so öpp 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 hier raus und jetzt wo muss ich jetzt eigentlich genau hin ach jetzt muss ich jetzt zum dritten Generator Energie-Dingsraum vielleicht sollte ich vorher nochmal eine Abspeicherung vornehmen wäre vielleicht ganz gut gerade kein Dino hier was mich wundert na gut muss ich auch nicht so da raus ja ich werde einmal im kurzen Abstecher über die Sicherheitsschleuse dann nehmen denn dann werde ich nochmal gefragt wir gehen speichern so genau und dann gehen wir da wieder rein und dann haben wir es wir haben auch die ID-Karte von Kirk alles wir müssen jetzt eigentlich alles haben ich glaube wir müssen nichts mehr zusammen basteln also Rätsel sind jetzt eigentlich erledigt glaube ich in diesem Spiel es kann sein dass vielleicht irgendwo nochmal so eine Tür ist wo wir dann sagen müssen ja da musst du nochmal was zusammen basteln oder irgendwie so also so so ein kleines Bilder-Rätsel da machen aber an für sich müssten wir größtenteils alle zusammengebaut haben und wir gehen jetzt mit großen Schritten Richtung Finale denn jetzt geht es daran den Generator zu überhitzen äh ich muss auf jeden Fall bevor wir das Ganze machen nochmal in irgendeine Box damit ich meine Granaten da rausnehme aber ich glaube wir kriegen nochmal eine Box zugeteilt bevor der naja doch ich weiß wo noch eine Box ist ja ja so ähm genau hier ist gerade kein Dino was gut ist also diese Giftpfeile sind schon ziemlich geil also ich muss sagen die retten einem wirklich das Leben wenn man hier nur auf die Pistole und die Schrumpflinte angewiesen ist und vielleicht noch ein bisschen Granatposition wobei man die auch schon sollte sag ich ja ähm dann hat man hier echt die Arschkarte gezogen und ja ist schon ganz gut so mit den Pfeilen dass man das irgendwie hinkriegt so jetzt können wir den roten Knopf äh den grünen Knopf drücken so was kommt jetzt hier hin Stabilisator oder Initiator ich probiere einfach eins von beiden aus ich glaube der Stabilisator kam unten hin deswegen nehmen wir jetzt hier mal den Initiator äh wo ist er da nein dann packen wir den Stabilisator hier rein zack perfekt jo sehr schön kann ich jetzt hier schon was bedienen ich glaube das geht aber noch nicht ich muss erst beides reinpacken ne ja 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 gut dann fahren wir jetzt noch in den Fahrstuhl runter und packen da den Initiator rein und dann haben wir es bald meine lieben Freunde ich mag dieses Final total das ist irgendwie hat das eine richtig geile Stimmung dieses Spiel finde ich es ist natürlich nicht ganz so mysteriös und unheimlich wie jetzt zum Beispiel Resident Evil aber die Geschichte an sich ist schon ziemlich geil und ich mag halt auch diese Bedrohung durch die Dinosaurier das ist halt was anderes finde ich als Zombies weil die Dinos sind halt auch schnell und wendig und die können eigentlich ziemlich schnell töten die Zombies sind natürlich ja da kann man auch mal notfalls vorweg laufen klappt hier auch mit dem Weglaufen hin und wieder aber die Raptoren sind schon sehr sehr schnell und ja weiß nicht hat einen eigenen Charme das Spiel auf jeden Fall aber merkt halt auch total dass es halt in die gleiche Spielerei irgendwie so ein bisschen reinfällt weil es von der Aufmachung her genau das gleiche ist und es sind halt die gleichen Entwickler es ist aus der gleichen Zeit das Spiel das ist schon ziemlich geil alles ich mag das und es gibt durchaus Parallelen und es werden ja auch so auch seitens von Capcom kleine ja Schwenker zwischen den Serien gemacht das heißt man kann ja in Teil 3 von Resident Evil hatte ich ja schon mal erzählt sich als Regina verkleiden und da rumlaufen also es ist schon ziemlich cool so das haben wir dann kann ich jetzt hier unten den PC bedienen hoffe ich komm ah bitte 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 ah ui irgendwie eine große Hydraulik wie es aussieht fährt da einfach so aus der Wand heraus ok das gleiche machen wir jetzt nochmal oben würde ich sagen und dann müssen wir glaube ich am Hauptgenerator noch was einstellen und dann kann ich endlich runter zu meinen Türen die ich schon seit einer halben Stunde oder noch länger öffnen will ich hoffe nur dass ich da nicht enttäuscht werde nachher ist da voll die Scheiße in den beiden Räumen drin aber ich hab echt gedacht da wären die Teile drin ich hab nicht gedacht dass die alle auf der gleichen Etage sind ah umso besser das ging ja eigentlich ganz gut das Zusammenbasteln so dann hab ich jetzt aktuell gerade die Schrotmunition oder die Giftpfeile ausgewählt ich weiß es gerade nicht so jetzt bitte hier nochmal weil ich ganz gut dass ich es so rum gemacht habe sonst hätte ich jetzt ja wieder runterlatschen müssen und da den PC aktivieren schon ziemlich gewaltige Anlage okay sie läuft automatisch weg wahrscheinlich geht es jetzt nochmal zu Dr. Kirk und Gail und Rick hier 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 hier